Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Erstmal die erste Runde, verkacken wir jetzt, weil wir unsere Teammates töten. Ne, Maquiavera. Schieß sie down und dann töte ich einen. Nein, wa... Ja... Ja... Ja, mach... Nein, mach sie doch einfach down. Nein, töte nur einen, weil ich hab keinen Bock auf Bun. Dann fühl dich... Ja, weil wir nehmen auf noch. Und ob sie sterben... Ja, das mach ich dann. Ja, aber bevor ihr sie tötet, mach ich dann Pause, ne? Und dann wissen wir nicht, haben wir sie wirklich jetzt getötet oder nicht? Okay. Kohle, Kohle, Kohle. Lass sie erstmal Rook nehmen und dann... Okay? Ja... Mach vorher, platzier, platzier, ich stelle es vor dir. Soll ich da auch liegen? Noch nicht. Ey, Bandit, please. Take it Amor. Take Amor. Teg Amor Teg Amor Teg Amor Teg Amor Kido Hahahaha Du noob Du noob, du bist behindert Ja Tschö mit Ö Hahahaha 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 Kohle, 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 Kohle Okay, jetzt bitte geht aus der Gruppe raus Okay, wir sehen uns gleich wieder in der Runde Ja, da sind wir wieder Wir spielen auf Grenze Die letzte Folge für die Season Aber wir haben schon mal eine Überraschung für euch Ja Nein, wir wichsen Kein crazy Ich töt' dich Kick mal den Terminator Ich weiß nicht, dass wir das deutsche Da muss ich den Namen an Was eh du kack Ich will die kacken Hahahaha Hahahaha Wie können Deutsch äh sprechen I am Afghanistan I am Fluchtling Hahahaha Kannst du Deutsch I can't speak German I don't I don't I don't I don't I don't I don't speak Nazi wir haben den nigger jörn nigger ein fromm krieg ein fromm krieg hi hitler hi hitler hi adl odorf hi moa moa i am from german german is so good nigger land wir kommen in der froh denn jetzt technik channel twitter mal twitch twitter mal twitch mit so witzig ich bin deutscher ich bin türker ich bin türker guck mal was ich machen kann ja ja ich bin deutscher hat die fresse wix geburt hat die fresse wixer guck mein schwanz an dann weiß er wie alt sehen ja wort da war war immer deutsch ich kann keine deutsche ich hasse nazi nigger aber selber 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 hat die fresse shut the fuck up now shut the fuck up shut the fuck up shut the fuck up wasch deine ohren du wichser alter junge du hast doch selber zwölf du hast selber zwölf ja ihr wichst eure mütter tut mir leid wer nennt sich denn bitte edeka tschüss wer ist denn so dumm im kopf wer nennt sich denn im kopf weiter edeka arbeitest bestimmt als fachpacker weil kein hauptschulabschluss ja lieber arbeitest du mit einer hauptschule ja klar mit zwölf soll man ja auch arbeiten nach deinem namen nichts nichts und ich bin äh deine mutter fickl scheiße 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 ehrlich geil junge mann riebe ist besser ich bin lieber der rewe tüte als medica nein ich töd dich ich töd dich ja lefter doch lefter doch töt ihn doch ja töt ihn doch wenn du eier hast hast du nicht oh mein gott loop war schön bahn hat er ja von von back lass dich von twitch killen lass dich von twitch killen ist doch scheißegal wie gesagt das ist nur eine spaßfolge wie man das nicht ernst ist eine doppelfolge erste folge war eigentlich auch spaß ja lass dich von twitch killen ist doch scheißegal oh mein gott sie schafft es nicht mehr hat sie schafft nicht ja fetcher twitch nein gibt es nicht gibt keine zwei und es gibt keine zwei twitch es gibt nur was willst du mit zwei man es gibt nur eine elite junge fetcher wird guck im internet guck datum jäger wurde am dritten monat im jahr und der vierte war fetcher da angezeigt wir haben schon crazy tv es reicht doch nein crazy tv wetten er heißt so auf youtube wettchen back hat sie für jahr ja und der andere ist hier oben afka 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 bandit bandit bundet bohnen ich hab auch hunger ich mach mir gleich nutella alle dann geh nach unten die nach unten man geht mir nicht auf die eier ja auf einmal an deinem daumen zunucke so warst du trampelst auf meinen eiern rum die sind so groß wie trampoline kannst drauf sprechen hast schon gesehen mein eier kurz auf ebay kaufen wie zu eier von mir sind auf belastbar ja man hat kommen einfach mein fenster aufgemacht hey soll der kack was die scheiße da mann ich hab mir gesagt mal ich wusste dass er da ist der namenslose alter der namenslose du mann bist schon auf drogen oder was endlich mein typ ja mann du weißt schon du bist in einer youtube aufnahme die kinderfreundlich ist und du sagst ja mann erstmal schön gefickt scheiß auf kinderfreundlich wenn gesponsert von kinderregel nein mann guckst es besser kenn mich aus weil crazy ne der hat das auf lage mann der schläft sogar ein cannabis pflanzen jetzt ja gegen hängt da kann man leichter idee okay von unten ja nice ja namenslos tötet den namenslos hat 0,8 schlecht 0,8 da du hast doch c4 junge nicht gegen schild du idiot oh mein gott behindert kann ja überhaupt nichts wer kämpft der männer pisse gegen schild und schon gar nicht gegen blitz man ja oder allgemein bei views ist einfacher bei views ist einfacher zu messern weil erstens er hat das kleinste schild von ein sogar rekrut hat größer elli jetzt views hat kleines seid ihr nicht china du idiot andersherum inda jung ich bin inda ich bin kanada kanaria kanarienfobel nein kanaria kanadana kanadan junge ich dachte wirklich früher heißt das so kanadana ich bin kanadana kanadana ja ist doch richtig kanarien halt die fresse ja sorry 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 ich bin nur deutscher kann nichts dafür ja mal ja ja mache ich doch immer junge spiel immer ernst crazy crazy motherfucker junge spiel mal ernst spiel nicht immer wie ein kind okay ich bin ernst ich verscheid einfach ein macht besser habe ich doch junge erst mache ich doch loop ich komme hier rein hey war doch eben einer er ist da und er ist da und er ist verbindet ganz um crazy left side left side links da liegen liegt da siehst den kopf schießt doch ist es rein und links rechts rechts da maribana an die hast ja gar nicht mehr schade nice junge selbst das haben jetzt gewonnen ja namens losseite junge wie oft war denn jetzt packt vorne mann zehn runden immer rechts immer rechts egal was ist immer recht ja 100 level 170 und 600 ja ich bin mit graus ja schon über ein jahr in der letzten runde wir machen ja doppelt immer wieder raus mit dem trop ja ist doch egal aber bricht das dann bitte ab weil ich für das öffnen nein doch doch nein doch ja komm legendär ist nur gewöhnlich aber viel back aber viel back habe ich ja junge ich kriege immer nur gewöhnlich hier soll ich mal die tarnung nötig tarnung ist eigentlich scheiße vielleicht kriege ich den jahr wenn ich 50 aber es dauert noch ich muss junge ich habe mir diese paket dafür ja gekauft ich habe jetzt gerade mal wieder 30.000 kann starten also fast 30.000 wenn ich diese runde habe dann ja mach das junge doppel folge ist doppel folge ja alles ich habe doch gesagt ist runde ist nur scheiß runde ja dann kannst du mir eigentlich mal ein blas ach ja ach ja ach ja soll ich mir auch eine app kaufen nein spaß ja was ist denn hier kommen weil letzte runde doppel folge hat jemand den puls eigentlich dings hier elite nein den skin eben halt nein den skin nein nein haupt schlafzimmer ich auch wegen mir ich sag workroom gibt es haupt junge ich glaube jetzt raus so als schild kann jemand mir den den schrank anpingen von der anderen seite und wenn das hat immer geklappt machen wir dagegen machen wir dagegen c4 da wo gerade kontakt so so ist doch besser ach schade passt leider nicht hin obwohl hier orange so so soll ich das so machen ja mach mal kontakt dagegen ja pack ja f*** dich du wichse man ich hab doch geschossen fuse lamellenfenster mit mg buck guck da durch kannst da durchgucken und rechts schießen die haben ein schild ne da schild links back da ja da auch und links von dir im kinderzimmer das ist blitz mach auf schießt da durch da ist ein loch kohle 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 kann es kann man es ja aufmachen wenn der schrank da wäre buck wenn da links einer ist leg dich hin und schießt da durch nicht da links da wo der gestorben ist ja da kannst du dich dann hinlegen und durchschießen unten oder hochgehen ist ihm halt hier egal ja aber das ist blitz blitz ist low hp und am fenster links kinderzimmer ok rechts da lol erstmal back zugucken durchs fenster hier guck mal meine tarnung die habe ich bekommen ja ich will aber mal eine runde testen ich will mal eine runde testen ja für gewöhnliche geht das was machen wir das ist aber eigentlich ganz cool mit leertaste dass man die waffen gucken kann und tarnung ja früher war das aber früher war geil wo der tschünker dann einfach da rum stand kasse ist klein junge mein schwanz ist groß aber nein wir reden da am anfang von rainbow six siege da standen die operator im menü ja das fand ich eigentlich geiler das sollten die mal wieder rein tun ok für 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 gewöhnlich ist die ist eigentlich ganz geil also wenn man den selber spielt finde ich sieht das geil aus andere seite bleibt stehen ok die seite bleibt stehen wer ist das dann ernst baby boss elite junge ich bin so blöd ne ich hatte junge leschen badezimmer mir war noch auch mir ist auch da noch kohle 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 über euch ne ach man ja bleibt der key einfach in raum gewonnen ne junge was ich will schon sagen nein doch 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 vielleicht vielleicht ich will doch mal lieber nur mit den klassen von ja ist das eigentlich eigentlich heißt das ja die eigentlich ja die sie sind von denen heißt ja wirklich ja du konntest das kaufen aber jetzt nicht mehr also man hätte es dort kaufen können ich weiß gar nicht ob man das immer noch kaufen kann das weiß keiner junge und ich werde gerne geh zurück ich teile ich wenn du nicht zurück kommst du kannst du musst bitte input ja kann es auch deutsch reden auf englisch zu reden jungen damit rechnet keiner mama twitch kaputt was erst mal eine luke alle kommt darunter ich gehe nach hause ich verlasse euch keine lust mehr ich gehe in die cam ich war fünf minuten raus was hat die gemacht ihr habt doch gesehen dass ich draußen war oder nicht guck mal mich an guck mal bitte mich an mit der letzten folge der season leider und alphapack 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 nein unter trock mal ab aus so